Recht herzlich willkommen zur zehnten Folge von Avarion. Ja, da geht es richtig rund jetzt. Das war noch eine Fregatte, da sind zwei Fregatten. Ich weiß gar nicht, ob wir in Reichweite kommen könnten, um da auch mitzuwischen. Das müssen wir dann alles ausmachen, wenn, ne? Also eigentlich sollten wir mitmischen, weil es geht um die Verteidigung des Sektors, ne? Aber wenn wir einen auch mitzukriegen, ist es auch nicht so dolle, ne? Ne, es sind ja 13 Kilometer da noch, ne? Ist das näher? Das ist näher, okay. Weiß nicht, wie weit unsere Reichweite ist, aber irgendwie muss es ja gleich auch mal für uns gelten. Ah, da unten gab es gerade einen Schaden, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob wir schon Schaden machen. Ja, wir machen jetzt gerade Schaden. Jetzt sieht man es ja auch klar. Immer mal drauf. Nur hoffen, dass die uns nicht beschießen, ne? Also wir machen relativ wenig Schaden, wie man gerade sieht, ne? Aber auch der wenige Schaden kann helfen, ne? Und die anderen, die Hauptmacht sind. Vielleicht ein bisschen näher noch. Aber wenn wir drei anmachen, ne? Ich weiß nicht, ne? Das ist ja auch keine Reichweite dann, ne? Jetzt haben wir eins auch ausgemacht. Wir müssen eigentlich näher ran, um immer an einen Teil zu ziehen, damit das Ding zerbricht, ne? Aber, uh, ich weiß nicht, sind die näher? Oh, der ist ganz nah hier. Da sollten wir uns Gedanken drum machen. Der kann, glaube ich, hier gar nicht mehr schießen, kann der? Oder der schießt auf jeden Fall nicht, ne? Also der ist bewegungsunfähig und der bewegt sich noch. Dann würde ich jetzt fast sagen, gehen wir gerade auf den. Aber der ist so weit weg, dass ich keine Reichweite mehr habe. Und der da unten schießt wieder, also geht doch alles. Wichtig ist, einen einer Stelle immer, ne? Eigentlich müssen wir den da nehmen, weil der ist definitiv am Schießen und das muss weg. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht gerade bei dem anderen irgendeiner Reichweite kommen, ne? Das wäre dann nicht so toll. Aber der trudelt jetzt hier wie bekloppt hin und her. Und dann macht er sich für uns bereit. Ne, ich glaube, der ist... immer nur am Nachladen, sozusagen, ne? Man müsste einfach näher ran und die Türme treffen, ne? Jetzt dreht er sich so, dass er uns erreichen könnte, ne? Müssen wir aufpassen. Komm einfach mal näher ran hier. Immer auch einen Teil dann drauf, dass er zerbricht. Ich glaube, manövrierenfähig sind sie schon. Irgendwie schießen sie auch gerade nicht mehr. Doch, da geht's wieder nach oben. Da links fliegt schon ein Teil uns entgegen. Das ist schon mal schön, ne? Ja, jetzt müssen wir mal hier gezielt da dran, ne? Ich glaube, er ist in zwei Teile, ne? Den machen wir jetzt auch noch kaputt. So, der ist schon da auseinander. Das driftet schon weg. Das ist ein kaputtes Schiff. Ich glaube, es sind alle kaputt, oder? Ne, da unten ist noch einer. Dann müssen wir da noch näher ran. Und dem auch mal gerade Paroli bieten. Einmal da auf. Ah, 100. Oh, jetzt muss ich schon in der Nähe aufpassen, dass ich nicht da, ne? So, das war's. Jetzt habe ich meine Allianz, äh, Beziehung zu der Allianz verbessert. Das ist doch schon mal schön. So, umschalten auf drei. Und dann geht's los, ne? Einsammeln. Irgendwo war neben uns direkt einer, oder? Ach ne, ich bin weiter weggeflogen. Also Brocken gibt's hier genug, so ist nicht. Einsammeln können wir hier ohne Ende. Das ist eine Kanone, und das ist sehr schön, dass wir die kriegen. So, dann können wir noch auf Automatik umstellen, glaube ich, ne? Aktuelles Ziel angreifen. Aber wir haben kein Ziel, oder was? Macht da irgendwie nicht so dolle, ne? Nochmal da dran, ne? Ist das... Entschuldigung, Buggy. Automatische Steuerung, das geht. So, dann sammeln wir mal ein. Was sind das alles Eisenteile? Das sieht so aus. Aber der räumt richtig ab, hm? Das ist ja ein richtig geiles Teil, was wir da haben. Okay. Batterie wird auch, glaube ich, nicht leer. Also, besser geht's doch gar nicht, oder? Das lohnt sich ja richtig. Allerdings, alles nur Eisen, ne? Was wir da abräumen. Sind wir da zu weit weg, oder warum schießt der da jetzt nicht drauf? Hallo, würden Sie mal bitte wieder Frackteile angreifen? Oh, da haben wir was aufgesammelt, was Wert hat, ne? Drei, bitte starten. Ja, geht wohl nicht. Dann wieder Hand. Na, ist ja jetzt auch Ruhe, dann kann man das auch händisch machen, ne? Oh, weggeflogen. Driftet weg. Sind wir dafür zu weit weg? Ist ja... So, jetzt geht's. Man muss aufs Kreuz drauf halten, ne? Dann klappt das auch. So, und da weiter. So, und da weiter. Komm, komm schon. Na. Haben wir auch. Ja, jetzt... Ah, das Kreuz muss drauf, ne? Nicht der Laser. Man muss schon gucken, dass man vom Ende anfängt, ne? Und nicht mittendrin. So, sind ordentlich Frackteile, die wir da mitnehmen können. Ah, da hatte man das noch ein Teil zum Zerstören. Hauen wir da an. Ah, das ist was Stärkeres. Okay. Da steht jetzt nur Frackteile nicht aus, was es besteht, ne? Wäre schön, wenn man das noch stehen würde. Dann wüsste man, ob es sich lohnt, das mitzunehmen. Die Effekte sind natürlich richtig cool, eigentlich, ne? Ist das auch noch was? Ja. Das sind alles Billigteile hier. Die gehen zack, zack kaputt, ne? Und das letzte auch noch. Und noch einer. Ja, das ist alles Eisen, ne? Nichts Wertvolles. Da ist noch ein Wrack, fliegen wir mal hin. Oder da? Ach, da sind noch mehr Wracks, das ist auch noch eins. Das ist drei Kilometer. Zwei. Drei, also. Das ist schon das nächste hier, ne? Ja, räumen wir da auch noch was weg. Da ist Titan drin, ne? Guck an. Jetzt können wir da mal was sehen, ne? So, da geht's los. Sammeln wir das alles auf. Kann auch näher ranfliegen. Da schwebt grad weg, das Teil. Ne, das würde ich kaputt machen. Du hast einen Notruf von der Mutter in der Rille erhalten. Ja, ich bin so schwach, ich will das gar nicht retten. Jetzt fliege ich... Achso, jetzt sind wir grad abgelenkt, aber... Hallo? Oh, da ist er. Toll, ne? Hm, das ist leicht buggy, würde ich sagen. Da ist ein tolles Teil weggeflogen. Titan gibt's ja immer noch. Lass uns mal hier oben was wegräumen. Das waren ja nicht so viele Teile, die durcheinander fliegen, da nachher haben. Na da. Das sind vielleicht die Titan-Teile gewesen gerade, oder? Da ist auch noch was. Oh, haben wir gleich eingesammelt. Ich glaube, jetzt sind wir an den Titan-Klamotten dran, oder? Ja, da kommt Titanrad rein. Das steht ruhig, und das fliegt durch die Gegend, dann nehmen wir lieber das erst. Da ist er. Ich glaube, wir werden gerade angesorben. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir dem da erstmal sagen, dass wir da sind, aber... Ah, ne, wir sagen dem das nicht, weil ich glaube, dann gehen wir auch drauf wieder, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich möchte diese Kanone auf jeden Fall noch mit haben. Gut, weg hier. Okay, ich weiß nur noch nicht, wo die anderen sind, also die uns helfen werden. Ist das da unten in den Fragatten? Da ist ein Frachter. Ein mobiler Marschent. Vielleicht sollten wir da mal gerade reingucken, was der mobile Marschent alles so mit hat. Ich kriege mir da eine ganze Frage, es gibt hier etwas Interessantes. Güter kaufen, verkaufen, wo ist dein Halbensektor? Ja, das können wir mal gucken. Ein Freund von mir hat, fantastische, okay. Enter, weiter. Und wir müssen jetzt mal raus hier. Wo sind denn die? Sind die weggeflogen? Durch das Tor? Ne, da unten sind sie irgendwo noch. Und werden da schon wieder von den Fragatten angegriffen. Ja gut, aber ich würde sagen, diese Sache, da kümmern wir uns wieder in der nächsten Folge drum. Vielleicht machen wir da wieder mit, aber müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.